Hallöchen zurück zu einer weiteren Folge von Assetto Corsa. Wir sind mal wieder hier schön auf der Nordschleife unterwegs. Und haben einen Volkswagen ausgepackt. Wir haben ja noch nie so viele Volkswagen gehabt. Und diesmal haben wir hier den VW Golf 6 GTI. Schöne Mod an sich. Noch hat ein paar kleine Fehlerchen. Manche etwas, naja, größer. Manche nicht so riesig. Schau mal kurz, wie das Licht zum Beispiel funktioniert. Unten müsste eigentlich das Tag verlicht. Beziehungsweise lassen die Nebel schnell werfen. Weiß nicht, jedenfalls gehen die mit an. Ist okay, kann ich jetzt nicht meckern. Wir hören mal kurz rein. Nichts weltbewegendes, aber immerhin. So, aber jetzt kommen wir zu einem größeren Ding. Und zwar Kameraperspektive. Schaut mal hin. So, das wäre eigentlich Cockpit. Das wäre auch eine Cockpit-Kameraperspektive. Da sind wir klar so viel. Und ja, das war's, ne? Da haben wir nicht viel. Äh, das ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen größer, der Fehler. Hier sehen wir auch nochmal Licht. Genau, unterschiedlich Licht. Äh, Bremslicht ist okay. Aber das normale Licht halt eigentlich nicht. Normale Licht wäre eigentlich auch noch an den äußeren. Also, oder nur an den äußeren. Oder, ne, wäre, glaube ich, beide sogar. Äh, der GTI. Ich weiß gar nicht. LED gab's da, glaube ich, noch nicht. Ähm, ansonsten hat das Auto halt ganz normal 2 Liter Turbo, also 2 Liter TFSI-Motor, äh, Turbo aufgeladen halt. Und hat 211 PS. Ja, 240 kmh Spitze. Und normalerweise, äh, hat dieses Auto... Ach, ne, das hat normalerweise... Ja, wirklich, gibt's mit 6-Gang-Schalter. Oder mit, äh, 6-Gang-Automatik-DSG. DSG. Gott, wir haben ja das Schaltgetriebe. Also kein DSG, gar nichts. Wir reißen noch per Hand. Und, äh, ich weiß nicht. Ich hab jetzt schon weit schon länger nicht mehr auf der Nordschleife. Aber mal ganz ehrlich, irgendwas hat sich hier doch verändert, oder? Ich habe... Entweder haben die wieder hier an den, an den, äh, Post-Processing-Kram-Zeug rumgestellt. Aber was ich eher glaube, ist, es ist eine andere Textur vom Asphalt. Der Asphalt ist viel dunkler. Er ist viel dunkler, oder? Also, ich find das wirklich so. Kann mir nicht helfen, es ist einfach dunkler. Na gut, wir gucken und hören nochmal von draußen rein. Nein! Nein! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt mit 1,5 km kam. Boah, fuck. Ich bin ja nicht zu schnell unterwegs. Weiße, das war nicht sehr gut, aber na gut. Boah, es wird komplett anders. Aber es wird geil, es wird wirklich geil. Es ist viel besser. Boah, ist da schon wieder die Front sehr unruhig. Und genau, woran ich das jetzt auch komischerweise sehr stark festgestellt habe, dass die Textur wohl von Asphalt anders ist. Normalerweise war die Textur heller. Und du hast, wenn du Ohr auf optimal gestellt hast, den Grubb-Verhältnissen, dann haben sich immer die Bremspunkte und die Ideallinie abgehoben. Das ist jetzt nicht mehr so stark der Fall. Man sieht es zwar noch, aber es wirkt viel realistischer. Oh, hier sind wir wieder zu schnell. Boah. Es ist viel realistischer, weil einfach der Asphalt noch einen ganz kleinen Ticken dunkler ist dort. Das einfach wirklich aussieht, als wäre da einfach nur ein bisschen mehr Gummi auf der Straße. Und es wirkt richtig geil. Bauntechnisch ist es okay. Gut, ich habe jetzt keinen Vergleich von einem Golf 6 GTI, von einem echten. Aber an sich würde ich schon sagen, hört sich ein echter leicht anders an. Würde ich zumindest behaupten, wäre es immer ein Eindruck von einem... Naja, ich kenne ja ein 2 Liter Turbo. Ich weiß, wie die ungefähr klingen. Und bin ich doch ein bisschen anders eigentlich. Ja, aber jetzt haben wir wie immer an. Traktionskontrolle nicht. ESP natürlich nicht. Sputverbrauch haben wir an. Reife verschleißen wir an. Aber das sieht uns eigentlich eh nicht. Auch hier sieht komplett anders aus, das Karussell. Ja, komplett anders aus. Gefällt mir doch ein bisschen besser. Die Strecke ist ja jetzt auch bei Waysroom Racing Experience drin. Auch Laser gescannt. Und bei iWaysing ist ja auch noch die Strecke als Laser gescannte Variante drin. Ich habe jetzt mal von Waysroom Racing Experience die Strecke gesehen. In Nordschleife. Da ist der Asphalt genauso wie hier oben. Oh, jetzt haben wir verloren, glaube ich. Ja. Da war ich ein bisschen zu schnell unterwegs. Ein bisschen zu schnell. Und ja. Habe ich dann jetzt nicht mehr eingefangen bekommen. So ein Mist. Ah, wieder doof die Kurve genommen. Wir hätten nicht innen auf den Randstein fahren dürfen. Er ist dort ein bisschen zu hoch. Dann hebt uns an das Auto so leicht aus. Und dann, naja, springt man ganz minimal nach außen. Ja, das war... Echt, das ärgert mich immer noch. Ja, und mal gucken, was wir dann auf der Döttinger an Höchstgeschwindigkeit erreichen. Jetzt heißt es hier nochmal, nochmal guten, geilen Kopf bekommen. Und ein bisschen zu weit außen. Kein Problem. Und jetzt die Gänge ausdrehen. 5. Hat doch sehr cä. Hier war jetzt 200 rum. Ne, packt man nicht. O10 ein bisschen schwach auf der Brust, finde ich. Oben rum. Ja. Zumindest hier ein bisschen schwach. Ganz minimal. Aber verdammt, das sieht anders aus. Und es sieht besser aus. Es sieht geil aus. Finde ich. Und ich kann mir nicht helfen. Von sich ein wirklich ordentliches Auto. Wie gesagt, ein paar Fehlerchen hier und da. Kameraperspektive zum Beispiel. Ein ziemlich großer Bock. Überhaupt nicht gut gelöst. Aber, naja. Ansonsten fahrtechnisch macht es eigentlich Spaß. Ist okay. Man merkt den Frontantrieb. Eigentlich nicht schlecht. Kann man echt mal ausprobieren. Also, Mod ist in der Beschreibung. Der Link. So uploadet. Könnt ihr euch runterladen. Falls ihr keinen Sound habt. Soundfix ist auch dabei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn wir wieder eine neue Mod in Assetto Corsa haben. Also, bis dahin. Ciao, ciao.